hi leute herzlich willkommen zu einem neuen video rund um das thema smart home nachdem ich euch im letzten video gezeigt habe wie ihr eure türklingel smart machen könnt möchte ich euch heute zeigen wie ihr das ganze im iobroker realisiert beziehungsweise wir das ganze mit dem iobroker auswerten könnt dass es an der tür geklingelt hat bei mir passiert folgendes wenn es an der tür geklingelt hat ich bekomme einmal eine benachrichtigung per telegram aufs handy dann der echo im wohnzimmer und der echo in der küche sagen ja auch noch dass es an der tür geklingelt hat und die schau mir gateway signalisiert mir das auch noch mal in dem ein licht an der gateway angeht und ein ton abgespielt wird die echoes habe ich deswegen eingebaut dass falls ich das klingeln nicht höre wenn ich im wohnzimmer bin dann sagt es mir der echo dass es geklingelt hat ihr könnt für euch auswählen was ihr haben wollt das heißt wollt ihr nur eine signalisierung per licht an der gateway oder nur eine telegram benachrichtigung oder nur eine ansage von alexa dass es geklingelt hat je nachdem was ihr haben wollt das sucht ihr euch hier aus und realisiert das so wie habe ich das ganze gemacht damit das ganze funktioniert müsst ihr euch drei variablen anlegen das heißt einmal es hat geklingelt dann eine variable es hat geklingelt als hilfsvariable und einmal klingel ausschalten wenn ihr das ganze überall broker ausschalten lassen wollt dann legen wir mal los also wenn wenn es an der tür geklingelt hat dann frage ich das hier ab ob sich dort irgendwas geändert hat dort frage ich ab frage ich wenn sich das geändert hat dann frage ich zuerst mal die hilfsvariable ab diese hilfsvariable habe ich deswegen eingebaut dass wenn mehrmals hintereinander geklingelt wird das heißt irgendjemand drückt dreimal hintereinander auf die klingel dann möchte ich nicht drei benachrichtigungen bekommen oder dass alexa da total kirre wird und dreimal hintereinander sagt es hat geklingelt damit das ganze nicht passiert habe ich hier ein time out eingebaut der fünf sekunden geht das heißt wenn innerhalb von fünf sekunden noch einmal gedrückt wird passiert gar nichts erst ab der sechsten sekunde wenn nach sechs sekunden also jemand drückt dann gibt es erneut eine benachrichtigung die zeit hier könnt ihr einstellen wie ihr wollt ich habe sie für mich auf fünf sekunden gelegt also diese hilfsvariable wenn diese hilfsvariable auf falsch ist das heißt dann kann die das ganze prozedere hier abgespielt werden das heißt die hilfsvariable die hier noch auf falsch ist auf null ist wird hier auf eins gesetzt dann wird die variable es hat geklingelt auch auf eins gesetzt an der gateway geht das licht auf zehn prozent der dimmer geht auf zehn prozent die lichtfarbe wird hier eingestellt und an der gateway der ton wird mit tonlautstärke 1 abgespielt und der ja der ton selbst ist der ton nummer zehn das ganze immer ein bisschen verzögert weil das hatte ich schon mal in anderen videos erzählt wenn ihr das ohne verzögerung einbaut hier dann kann es passieren dass einer nicht an die gateway abgegeben wird weil wenn die gateway diese befehle alle gleichzeitig bekommt ja das packt sie irgendwie nicht so deswegen hier ein bisschen zeitverzögerung drin lassen dann als nächstes ist hier die telegram benachrichtigung wenn ihr die haben wollt ansonsten lasst ihr sie weg und hier echo wohnzimmer dort müsst ihr bei volume to use for speak commands habe ich bei mir auf 30 gesetzt rate ich euch dass ihr das einstellt weil wenn es nachts klingelt und das ding ist auf 100 prozent dann ja ist die ganze wohnung hellwach deswegen hier auf 30 gestellt dann den text den alexa sagen soll stellt man hier mit dem kommando speak ein beziehungsweise mit der variablen speak hier trage einfach ein was sie sagen soll und das gleiche hier zum beispiel noch mal für die küche und hier ist der bevor erwähnte time out das heißt innerhalb von fünf sekunden wenn dort geklingelt wird wird nicht ein zweites mal das ganze hier abgespielt so dann wollen wir das ganze ja auch irgendwann mal wieder zurücksetzen zum beispiel an der gateway das heißt wenn hier an der gateway das licht leuchtet mit diesem farbcode den habe ich hier eingestellt dass der farbcode dann soll das licht wieder ausgeschaltet sein ich habe das ganze deswegen gemacht weil ich die gateway beziehungsweise die farben an der gateway für bestimmte sachen benutze das heißt wenn der briefkasten geöffnet wird leuchtet das gelb wenn die waschmaschine fertig ist grün wenn es in der wohnung zu kalt ist blau und so weiter und so fort und damit ich hier nicht eine falsche farbe zurücksetze habe ich das frage ich das hier zuerst mal ab wenn ihr bisher noch nichts mit farben an der gateway realisiert habt dann könnt ihr das hier weg nehmen und ihr sagt einfach nur so wenn ihr das zurückschaltet oder die haustür geöffnet wurde dann setzt das einfach wieder zurück also ihr müsst die farben nicht abfragen ich habe es halt so gemacht noch mal ein punkt zum oder noch mal ein satz zum zu dieser variablen haustür ist open bei mir an der haustür ist ein türkontaktsensor verbaut das heißt wenn ich die tür öffne dann wird das ganze hier auch noch mal zurück gesetzt das heißt das licht an der gateway geht aus dann muss ich nicht noch mal den knopf drücken oder der tante alexa sagen sie soll das licht ausschalten oder an der visualisierung das ganze ausschalten das passiert dann automatisch mit dem öffnen der tür so also das passiert hier und dieser baustein ist dafür verantwortlich dass man mit alexa das licht wieder ausschalten kann und die variablen wieder zurücksetzen kann das heißt hier passiert genau das gleiche noch mal wenn die variable auf wahr ist dann frage ich hier wieder die farbe ab wenn das alles passt dann steuere ich es hat geklingelt die variable es hat geklingelt mit null an und setze ich hier die variable klingelt zurücksetzen alexa wieder auf falsch mit einer kurzen verzögerung weil ich hier setze ich die variable indem ich zu alexa sage sie sollte es zurücksetzen setze ich die hier auf 1 bzw auf wahr und hier setze ich das ganze wieder zurück so ich glaube ich habe alles erklärt und habe nichts vergessen wie gesagt ihr müsst euch ein paar variablen anlegen und je nachdem was ihr haben wollt baut ihr das danach so ich hoffe das video hat euch gefallen ich würde mich über ein like sehr freuen und wenn ihr noch mehr mit smart home zu tun habt und noch mehr umsetzen wollte dann abonniert auch noch meinen kanal so verpasst ihr nicht wenn ein neues video von mir hochgeladen wird in diesem sinne macht's gut und viel spaß mit eurem smart home